Tötet mich nicht. Ach, ihr seid es, alter ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte, einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Ob das so eine feine Sache ist? Und was sind die Ziele? Sind sie schon tot? Nein? Was tut ihr dann hier? Wollt ihr, dass ich sterbe? Bitte geht und kommt wieder, sobald ich sicher bin. Beruhigt dich, Kollege. Ich möchte aber erstmal wissen, wo die Ziele überhaupt... Ah. Was soll ruhig geschehen? Ob ich das hinkriege? Mal gucken. Wenn's Wachen sind... Ja! Sag mal... Okay. Der gehört nicht dazu. Oh, lol. Das war aber einfach. Das war ja richtig einfach. Da könnte man wieder ein paar Messer gebrauchen. Ich nicht. Ähm, was wollte ich jetzt? Ich wollte hier die Markierung. Wart, 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 wart! So ein Quatsch. Oh, oh. Ach. Oh, toll. Oh, der Penner, ey. Na gut. Geil. Das ist hier nix zum Verstecken. Das ist doch behindert. Oh, Mann. Ja. Oh, ho, 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 ho. Nein, 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 nein. Ich will gar nicht kämpfen. Ich will weg. Bring euch zur Strecke. Okay, das war unpassend. Na gut. Kämpfen wir. Das werde ich euch alle hier oben erledigen. Ah, what the fuck, du assi. So kämpft man nicht. Das ist nicht ehrenhaft. Einer mit dem Bogen und der Rest mit dem Schwert. Ich habe kein Schild. Das ist sowas von unehrenhaft. Nix ist. Ich habe was gelernt, du Spaß. Au. Das wird ein Massengrab für euch, Leute. Loll. Er hat da übelst die Krämpfe auf der Seite. Ach, das war fies. Da hat er einen Hit genommen, damit der andere mich schlagen kann. Ach, fuck, da habe ich zu spät reagiert. Loll, ey. Hat er mich erst mal vom Dach geschmissen. Niese Sache. Ähm. Wuh. Aber keine Pfeile, oder? What the fuck? Aua. Aua. Müssen wir halt hier unten weiter kämpfen. Ich wollte es nicht so enden lassen. Aber wenn ihr darauf besteht. Na, was ist, Kollege? Rauscht dich nicht? Ja, geil. Verschwinde mal nicht im Busch. Ah, fuck. Zur falschen Zeit. Ne. Ist nicht. Diesmal nicht. Du nicht. So. Oh, nein. Da. Nein. Was, 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 was? Alles vorbei? Alles gut? Okay. Loll. Habe ich ihn jetzt getötet dabei? War er einer von denen, die... Well, nice. Wenn das so ist. Das ist cool. Ich meine, muss ich mich nicht mehr um ihn kümmern. Umso einfacher im Endeffekt. Loll. Sind sie schon... Nein. Loll, jetzt ist das... Was tut ihr dann hier? Ja, sorry. Wir haben das Symbol. Jetzt erst wieder... Wieso... Wieso denn beide? Ich habe so schnell eingetötet. Oh, das ist doch unfair. Bitte geht und kommt wieder, sobald ich sicher bin. Nur weil ich zwischendurch auffällig geworden bin, lebt der andere jetzt wieder, oder wat? Also, das ist ein bisschen unfair. Ein bisschen sehr unfair. Habe ich noch Messer? Eins. Ich bräuchte mal jemanden. Bist du behindert? Bist du behindert? Was, Alter? Jetzt reicht es! So nicht mit mir, mein Kollege hier. So. Ich bin vorbeigelaufen. Oh, Mann. Alter. Immer der selbe mit euch. So. Alles easy. Ja, ich brauche Messer. Aber ich sehe gerade keinen, der mir irgendwie Messer geben könnte. Wie, wat? Was, wieso denn? Wieso das denn? Alter. Das ist doch beschiss. Jetzt habe ich auch gesehen, dass es viel geschlagen ist. Aber ganz ehrlich, wer hat mich denn da entdeckt? Ich habe doch gar nichts getan. Na, ach, du solltest doch da reingehen. Ja, in der Sekunde, wo ich rein will. Das gibt's nicht. Geil. Ja. Komm. Okay. Scheiß auf das Informantenattentat. Wenn's nicht geht, dann mach ich halt was anderes als eine Abforschungsmission. Den Krampf hier hab ich keinen Bock mehr. Ihr Penner. So. Wo bin ich? Da. Scheiß auf das Informantenattentat. Auf einmal kriegen die da alle Wind, dass ich da irgendwie was gemacht hätte. Nö. Das ist so nicht. Lol. Wieso laufe ich denn in die falsche Richtung? Ich hatte gehofft, jetzt wird das Spiel mal ein bisschen freundlicher zu mir. Arschlecken ist. Wow. Das war knapp. Ich brauch trotzdem wieder Messer. Oha. Ihr dürft nicht hier sein. Ja. Bin ich auch nicht. Du hast nichts gesehen. So ein nächstes Ding ist hier auf der Kathedrale. Sieht aber so verdammt so aus. Aber da schaff ich doch keinen Sprung. Oh. Okay. Versuch. Lol. Danke, dass du mir geplotz gemacht hast. Oha. Chor am Start oder was? Hier kommt man also nicht so gut hoch. Aber ich seh da schon wat. So. Ja, ja. Obwohl, ich geh mal auf die andere Seite hier so. Von dem Ding. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann gut ist dabei herausstunden? Ah, die haben keine Gitter. Das ist natürlich kacke. Da ist wieder eine Flagge da hinten, eine Templer-Flagge. Ich würde sie euch gerne zeigen. Kann ich nicht da rum? Doch, klar. Wieso nach unten? Wieso guckst du nach unten? Du sollst nach links gehen. Zu dumm für sonst was, ey. Geil, ey. Bin ich hier umsonst am rumklettern, weil er nichts gebacken kriegt. Weil er nicht mehr um die scheiß Kante rumkommt mehr. Ja, kommst du jetzt auch nicht mehr hier rum? So ein Scheiß, ey. Wo soll man denn dann hier klettern? Leute. Ich seh hier nix. Okay, dann drauf geschissen. Ach, hier lass ich fallen. Mensch, Mensch, Mensch. Überall sonst kommt er rum? Oh. Hab ich jetzt was? Bekommen? Nö. Was wollt ihr denn eigentlich? Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Wir sind so barmherzig mit uns. Hab ich jetzt welche? Nein, immer mehr nicht. Bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Mann. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber wir haben weiß es, wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Mann. Ich will mich stehlen. Ich will ihn nicht anfassen. Bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber wir haben weiß es, wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Geht doch. Das hat auch gedauert. Wat, 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 wat? Ja, es war klar, dass ich da hoch muss. Na. Aber irgendwie sind nur die, 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 wen beklau ich da eigentlich immer? Egal. Die sind nur sauer auf mich. So. Kommt er da nicht hoch? Oh, Mann. Jetzt ist hier dasselbe. Zeug, oder wat? So, und jetzt möchte ich hier aber rumkommen. Och, Mann, mach doch mal. Kann ich da überhaupt... Da kann ich auch nicht klettern. Ah, ich seh schon was. Ich seh schon was. Das wäre wahrscheinlich auf der anderen Seite auch gegangen. Weißt du was? Leck mich. Zack. Das ist aber auch umständlich hier. Mensch, 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 Mensch. So. Das ist mir noch egal. Hm. Nice. War aber mehr Glück, glaube ich. So. Jetzt kletter mal den scheiß Turm hier hoch. Das kann doch nicht so schwer sein. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, ich glaube, so hoch waren wir noch nicht. Eieieieiei.